Ich brauche Hilfe, jetzt! Kim, hilf bei der Suche nach den Notizen. Ich wünschte dir, wäre das passiert. Die Notizen, hol sie! Die Notizen, hol sie! Die Notsignale, wir müssen helfen, sonst elischt er. Dann mal los! Die Notizen, wenn du das hörst, heißt das, dass ich weg bin. Ich weiß nicht, wo sie mich hingebracht haben oder ob ich entkommen kann. Ich habe versprochen, dich nie wieder allein zu lassen und dass die Befreiung des Not-Punkts sicher sei. Das ist alles meine Schuld, was mir auch passiert. Ich habe es verdient. Ich habe Kim programmiert, um über dich und alle übrigen zu wachen. Hoffentlich ist jemand übrig. Tut mir leid, dass das so endet. Ich habe dich kümmeriert. Meine Sensoren sind aus, weil ich mein neues Solid State Drive formatiere. Und jetzt kann ich das Paradigma nicht finden. Und das ist schlimm. Ich kenne noch 8000 andere Wörter für schlimm. Sind alle auf meinem neuen Solid State Drive. Volle Konzentration. Such mir das Paradigma. Volle Konzentration. Jetzt habe ich nur noch nicht. Das ist schrecklich, furchtbar, entsetzlich. Mir fällt noch nie mehr ein. Warte, ich kann den Teufel jetzt sehr effektiv erarbeiten. Okay, bin drüber weg. Bist du Vendetta, Freunde? Bis zum nächsten Mal.